An meinem Arbeitsumfeld gefällt mir eigentlich am besten, dass ich die Freiheit habe, im Prinzip meine technischen Fähigkeiten und vertrieblichen Fähigkeiten auszuarbeiten in der Kundenkommunikation, in der direkten und auch der Zusammenhalt mit den Kollegen, die Zusammenarbeit im Team, Vertriebsteam sozusagen, dass da auch der eine für den anderen da ist. Das ist mir halt auch sehr wichtig und das macht eben dann auch Spaß, morgen zuher zu kommen. Sicherlich die Vielfältigkeit. In meiner Rolle als Teamleiter geht es natürlich auch darum, Entscheidungen zu treffen, Lösungen und Wege zu finden und hier bin ich natürlich immer total bei der Sache. Die Arbeit hier ist halt sehr vielfältig, also man kommt nicht hierher und hat jeden Morgen das Gleiche. Es variiert mit den ganzen Schnittstellen, die ich hier im Vertrieb habe, zur Technik, zur Verwaltung. Es ist halt schon sehr vielfältig. Werde auch du! Kattendigital Kattendigital Kattendigital